HZJ 78, Land Cruiser. Viele von euch haben mich, ich habe vor kurzem so ein Inserat geschalten und habe das dann auch auf Telegram veröffentlicht, viele von euch haben mich diesbezüglich dann angeschrieben, du und ja, gibt es da Zusatzinfos? Also vorweg, ihr bekommt alle Infos und alle Dokumente von dem Autohändler, wo ich es jetzt hingestellt habe, aber einige Fragen waren dann auch dabei und Bemerkungen, wo ich mir gedacht habe, siehst du, das ist ein guter Anlass, ein Video zu machen und da geht es jetzt bei diesem Video nicht primär um den Verkauf, sondern ich möchte euch so ein bisschen die Reise aufzeigen, nämlich die spirituelle Reise und ich verknüpfe das mit Spiritualität und deswegen so ein paar Bilder, ein paar Eindrücke, wie das war. Den Link sollte euch dann interessieren, dass ihr noch mehr Infos wollt, weil ihr das Auto beziehen möchtet. Jetzt bitte einfach nur dann den Händler direkt kontaktieren. Vorweg, wieso habe ich eigentlich so ein Auto mir gekauft? Das war 2017, 2018. Und wie bin ich an das Ganze herangegangen? Also ich habe euch ja gesagt, ich kläre schon recht lange in Geopolitik auf und es war für mich so, dass ich mir dachte, okay, 2017, 2018, da könnte was kommen. Und wenn ich dann mit der Familie hier in Wien sitze, wie komme ich von der Weg? Ich möchte nicht abhängig sein von Autobahnen, ich möchte nicht abhängig sein von offenen Straßen. Ich möchte dann einfach, wenn ich sage, ich fahre, dann fahre ich. Und deswegen war für mich klar, sich so einen Tanker zu kaufen. Dazu muss ich sagen, ich bin überhaupt kein Auto mehr. Mir gehen Autos völlig am Arsch vorbei. Das ist nicht etwas, was ich jetzt nur so daher sage, sondern ich selber fahre einen Renault Cynic mit 500.000 Kilometer. Wäre ich, wenn es euch interessiert, auch Fotos machen, weil den habe ich jetzt gerade in Renovierung, weil das ist ein emotionales Ding. Da haben die Kinder mir hineingekriegselt, sie haben mir hineingespieben, sie haben, was weiß ich, was ich mit dem Auto erlebt habe. Das Auto lebt für mich und ich habe es jetzt noch einmal renovieren lassen nach 500.000 Kilometern. Und weil ich mir kein neues kaufen mag, vor allem, weil das Auto sehr gut beisammen ist und seinen Zweck vollends bestens erfüllt. Also das sage ich nur, dass ihr seht, ich habe mit Autos eigentlich nichts am Hut. Das interessiert mich nicht. Aber damals, wie ich mir dachte, da kommt der Krieg, habe ich mich hingesetzt und ich habe mich nicht hingesetzt und mir irgendwelche Foren durchgelesen, welches Auto ist das Beste und der Hirnwichser, sondern ganz einfache Analyse. Hinsetzen, schauen, was fahren. Rettungsdienste, Militär, Feuerwehren in Afrika, in Indien. Was ist das am meisten gefahrene Auto? HZJ 78. So einfach, seht ihr, kann man die Dinge machen. Das heißt, wieder kein Hirnwichsen, sondern einfache Analyse. Das, was sich wirklich bewährt, das wird dann auch verwendet. Und das war eben dieser Wagen. Ich habe dann ein bisschen gebraucht, bis ich das Auto gefunden habe. Es ist gar nicht so einfach, so ein Auto hier zugelassen zu finden. Dazu komme ich dann noch. Und das Tolle war, das war ein Wagen von Roten Kreuz. Es war nur im Winterbetrieb. Das heißt, das war niegelnagelneu, Erstbesitz. Und das Rote Kreuz hat es verwendet, um im Winter die Skipisten rauf und runter zu fahren, wenn sich einer verletzt hat. Der Winterbetrieb war auf der einen Seite super. Es war also wenig Kilometer, ich glaube 40.000 oder 50.000 Kilometer. Der Nachteil war, es waren einige vulnerable Stellen durchgerostet. Aber wisst ihr was, bevor ich euch da jetzt so viel vorweg erzähle, schauen wir uns einfach die Bilder an. Und ich werde euch zu den Bildern dann immer wieder Statements machen. Und am Schluss dieser spirituelle Aspekt. So, da seht ihr zum Beispiel die Aufhängung. Die Aufhängung wurde umgerüstet. Diese gelben komischen Dinge, da habe ich gelernt, was bedeutet Pressen, was bedeutet Vermessen. Dass man also Sachen im Auto nicht alle klopfen kann. Da seht ihr das Auto ziemlich vom Roten Kreuz. Also wie ich es bezogen habe, sehr unspektakulär. Wirkte nach außen schön. Wie gesagt, an ein paar neuralgischen Stellen war er rostig. Hier der Wagen von vorne. Also ihr seht es, wie gesagt, unspektakulär. Dieses Auto ist eines der meistgefahrenen Wagen weltweit. Die Ersatzteile, und ihr werdet es dann einige sehen, ich bekam die teilweise innerhalb von zwei Tagen von Toyota Europa. Da geht es schon los. Also um das Auto fit zu bekommen, musste zuerst einmal alles ausgebaut werden. Sitze, Dachhimmel und so weiter. Ihr seht es da so eine Aufnahme. Das war gerade der Ausbau. Ihr seht es hier eben die Stellen, die angerostet, teilweise durchgerostet waren. Was ich damals auch nicht gewusst habe, dass man diese Stellen einfach ganz leicht rausnehmen kann. Das sind zusammengesetzte Module. Und die kann man nachbestellen. Und dann wird es dann einfach wieder neu zusammengeschweißt. Hier zum Beispiel der Kotflügel. Mein Verständnis war, boah, das ist ja ein großes Rostloch. Was soll man machen? Ganz einfach Kotflügel, das Modul rausnehmen. Ich meine, ihr werdet es dann später noch sehen, Modul bestellen und das ganze Modul komplett neu geben. Von unten war das Auto zugefettet mit so einer Seilfetten. Also man hatte den Eindruck, das ist gut erhalten. War es auch über den größten Teil. Es gab aber vereinzelte Dinge, die wurden, sage ich einmal, wahrscheinlich vom Roten Kreuz oder von dem, der das Auto dann aufgearbeitet hat, so ein bisschen kaschiert. Das ist mir dann nachher aufgefallen. Das war vielleicht eben nicht so ganz die Geradlinigkeit von dem Verkäufer. Aber ja, wenn man bedenkt, wie schwierig es ist, so ein Auto hier zuzulassen, dann muss ich sagen, für das Geld, was ich das Auto damals bekam, war es fair. Es wäre halt lieb gewesen, hätte man mir einfach gesagt, du schaut das und das musst noch erneuern. Es hätte nicht so einen üblen Nachgeschmack gehabt, wie es dann eben, wie wir haben das dann mit CO2 entfernt, mit Trockeneis. Aber auch das war gut, weil das habe ich dann wieder mitgenommen für neue Projekte. Da seht ihr mich mit Trockeneis herumhantieren, war ganz eine neue Erfahrung, verkleidet die Arbeit. Also wenn das jemand sein Leben lang macht, ist nicht zu beneiden, ist ein knochenharter Job. Bekommt man auch erst mit, wenn man es selber einmal gemacht hat. Immer wieder Pausen, weil es war einfach so, dass die Hände die ganze Zeit oben halten, das war ganz schön anstrengend. Was ich auch gelernt habe, ich habe viele meiner tollen Schuhe eroniert, das ist so ein bisschen eine Eigenart von mir, dass ich mich nie umziehe adäquat, sondern meistens so mit Straßengewand und dann schnell, schnell, schnell. Und da habe ich gelernt, es braucht also wirklich eine gute Ausrüstung, wenn man entsprechende Arbeiten macht. Die Schuhe waren dann kaputt, das waren super tolle Schuhe, das waren so Doktorschühchen. Aber auch da, man lernt einfach dazu. Und hier seht ihr dann schon so Teile, die dann durchs Trockenstrahlen, wo ich also gemerkt habe, okay, das sollte ich auswechseln. Hier die Aufhängung, wo ich dann gesehen habe, okay, das ist am besten, man schweißt es neu. Hier seht ihr Teile, befreit vom Rost, von der Seilfetten. Einige Teile waren sehr gut erhalten. Das heißt, da habe ich auch gelernt, wie viel Stahl braucht es oder wie schaut es aus, Konservierung eines Wagens, wie kann man Sachen verdecken, worauf sollte man achten. Alles Dinge, die habe ich einfach nur durch dieses Projekt kennenlernen dürfen. Hier seht ihr die herausgeschnittenen Reparationsbleche, das geht wirklich sehr, sehr einfach. Diese Bleche werden punktförmig geschweißt an verschiedenste Halteelemente. Also das wird vom Werk original so gemacht und das kann man dann auch ganz einfach wieder rauslösen und kann komplett neue Bleche einschweißen. Was ich auch gelernt habe bei dem Projekt ist jetzt hier zum Beispiel die Aufhängung. Wir haben das Auto höher gelegt, neue Stoßdämpfer, also Federn, neue Dämpfer und und und. Man muss manchmal Sachen zigmal machen. Also zusammenbauen, nächster Zwischenschritt, dann wieder auseinanderbauen, wieder Zwischenschritt, dann wieder zusammenbauen. Wenn man es gründlich machen will, bleiben manchmal einem nicht so Zwischenschritte erspart. Hier seht ihr den originalen Kotflügel, komplett neues Blech hineingeschweißt. Wie gesagt, die Teile waren teilweise innerhalb von zwei, drei Tagen wieder vorhanden. Hier seht ihr weiter Karosseriearbeiten. Also es wurde viel geklopft, viel herumgetan. Ich habe dann die Entscheidung gefällt, müssen soll man spachteln oder soll man wirklich mit Zinn das klassisch machen, dass so wenig zum Spachteln waren. Es waren im Endeffekt zwei Stellen, der vordere Kotflügel und der hintere. Ich habe dann gesagt, nein, halten wir uns damit nicht auf, machen wir es mit Spachtelmasse. Eleganter wäre noch gewesen, das Ganze mit Zinn zu lösen. Da seht ihr die Arbeiten von drinnen schon mit den neuen Blechs. Also die Kotflügel, die kommen vom Werk immer schwarz lackiert. Das heißt, ihr seht, Teile auseinandergenommen, Teile neu schon reingeschweißt. Das Ganze natürlich noch völlig unsauber. Da wird jetzt einmal sozusagen die Karosserie hergerichtet, dass die wieder komplett rostfrei ist. Dazu kamen dann noch komplett neue Stoßstangen, weil Teile von der alten Stoßstange, die waren eben auch rostig. Auch die wurden neu bezogen. Spaß musste natürlich auch sein. Dieses Blech zur Anpassung, ihr seht, ich sitze da auf so einem Alublech, weil ich wollte das Dach ein bisschen versteifen. Damit, wenn man aufs Dach steigt und Sachen, Material vom Dach holt, dass es dort keine Teilen gibt. Und bei der Anpassung, ja, da gab es eben dann auch Spaß und Fotos. Leider gibt es sonst sehr wenig Fotos von der Arbeit, weil ihr wisst, wie das so ist. Entweder man arbeitet oder man macht Fotos. Die Werkstätte, die mir das ermöglicht hat, dazu gibt es auch eine kleine Geschichte. Ich kenne denjenigen schon länger, habe ihm auch die Zähne gemacht und deswegen war das so ein Gentleman Agreement. Er half mir, ich durfte dort herumwerken. Da seht ihr jetzt von unten das Ganze schon gereinigt. Und ihr seht, Sachen wurden zusammengebaut, dann wieder abgebaut, damit man sie auch lackieren kann. Also es waren immer wieder so Schritte, einmal rauf, einmal runter, aber das gehört eben dazu, wenn man es gründlich machen will. Da seht ihr jetzt schon den Wagen einmal neu lackiert, innen und außen. Wir wählten dafür LKW-Lackierung, das habe ich auch nicht gewusst. Es gibt also für Pkw und LKW, da wird unterschieden. Die LKW bekommen ein bisschen einen dickeren Lack, also mehr Mühe und zudem härter, damit es eben, weil die Kilometerleistung eine ganz andere ist, damit der Lack das eben länger übersteht. Da seht ihr jetzt dann auch schon den Innenraum. Also der Wagen wurde komplett von innen und außen lackiert, auch vom Unterboden her. Ihr seht sehr schön die neuen Radkästen, die ursprünglich schwarz waren. Viele, viele Kleinigkeiten, die man so nicht sieht, die also neu gekauft wurden, die neu gegeben wurden. Das waren kleine Clips, kleine Halteelemente, kleine Lager. Na tausend Sachen, von denen ich überhaupt keine Ahnung hätte und wo ich die Arbeit auch nicht geschätzt hätte, hätte ich es nicht einmal selber erlebt. Teilweise wurde die Verkabelung komplett neu gemacht, ihr seht, das rote Kreuz hat hier Kabeln hinzugetan und das war ziemlicher Wirrwarr. Wir haben dann alles rausgerissen und haben die Kabeln komplett neu verlegt, laut Originalen oder mit Originalen Teilen und haben dann halt noch diverse Extraanschlüsse hinzugefügt. Viele Zusatzteile, hier seht ihr oben zum Beispiel einen LED-Beamer oder die ganze Stoßstange vorn. Das war gar nicht so einfach, das dann bewilligen zu lassen. Auch eine Acht-Tonnen-Winde, also die Winde vorne, das sind alles Zusatzdinge, die ich so, oder ich hätte mir das, ich meine, diejenigen unter euch, die sich bei Autos auskennen und vielleicht so ein Projekt gemacht haben, die werden jetzt lachen. Für mich war das wirklich alles Neuland und erst durchs Tun konnte ich dann abschätzen, wie viel Liebe oder wie viel Arbeit da eigentlich drinnen steckt. Zum Motor her, also der Motor, der war tiptop. Es ist ein 4 Liter, eine 4 Liter Maschine, 6 Zylinder mit 50.000 Kilometer. Ich habe im Internet, die haben eine Laufleistung, diese Maschinen von circa einer Million und mehr Kilometer. Also die sind nicht zum Umbringen. Ihr seht es hier unten von ARB, dieses ARB, das war ein Kompressor, den ich dazu gekauft habe, damit man Druckluft hat. Dann diese Alutasse, hier seht ihr so eine Alutasse, das habe ich für die Batterien gemacht, damit die Batterien einen besseren Halt haben. Und das sind Zusatzbatterien. Also auch wieder viele, viele Kleinigkeiten, die dem geübten Auge auffallen. Hier wieder so Zwischenschritte, Lackieren, Aufe, Obe. Da brachten wir die, also für die Kotflügel innen wird so ein Schutz aufgebracht, damit also Steine und so nicht zu einem Lärm machen. Da musste man das wieder abdecken. Also es waren viele, viele Zwischenschritte, wo man die Sachen immer Reifen rauf, Reifen runter, Stoßstangen rauf, Stoßstangen runter, abkleben. Viel Mühsames. Hier seht ihr einen Zusatztank, den haben wir auch original bestellt. Also das Auto hat jetzt fast 300 Liter Diesel. Man kommt damit über 2000 Kilometer. Das war mir sehr wichtig, dass man da nicht dann abhängig ist von Tankstellen, von, 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 sondern es nützt ja nichts, das beste Auto, wenn es dann 80 Liter Tankfüllung hat. Deswegen hier Zusatztanks. Es gibt dann auch noch Wasserzusatztanks. Aber nur damit ihr seht, das war für mich auch neu, dass es für solche Wegen alles da draußen gibt im Originalen. Es gibt Zusatz, bessere Stoßdämpfer, bessere Tanks. Also das ist auch ein kleiner Mikrokosmos. Wenn man da mal eintaucht, dann wird einem klar, wie groß eigentlich dieser Mikrokosmos ist. Hier seht ihr die verschiedenen Tanks, die gerade mit den Schlauchs verbunden werden. Hier von R&B dieser Druckkompressor unten angebracht. Der Auspuff musste verlegt werden, nach hinten gelegt werden, einen besseren Auspuff. Viel, viel Recherche. Wie mache ich das Dachzelt? Welche Richtung soll ich es machen? Das waren auch, man sieht hier immer nur die Teile, aber es war auch viel, viel Recherche von zu Hause. Wie, welches Teil verbaue ich da? Das ist zum Beispiel für den Auspuff ein Zusatzteil. Also nicht nur, dass wir den Auspuff, also die Luftansaugung Auspuff, ich bin schon ganz deppert. Die Luftansaugung, nicht, dass wir das also übers Dach gelegt haben, sondern da gibt es dann auch noch so Zusatztools. Das ist ein Zyklon, glaube ich, nennt sich das, wo man, wo Staub und so weiter von alleine abgeschieden wird. Und man muss dann nicht immer wieder an Filter wechseln, sondern da gibt es schon eine Vorreinigung durch diesen Zyklon. Und man kann den dann einfach ganz einfach nur mit einer Schraube lösen und reinigen. Hier seht ihr die Anschlüsse von der Seilwinde. Auch da wieder viel einlesen, viel Hirn wichsen. Welche Seilwinde nehme ich jetzt? Ich habe mich immer für die Produkte entschieden, die im Markt, die am häufigsten verwendetsten sind. Sogar das Toyota Land Cruiser, sogar das haben wir dann neu bestellen müssen, weil das war auch schon abgefuckt. Was für mich neu war, einfach die Erfahrung, einmal wirklich wochenlang unter einem Auto zu stehen. Ein knochenharter Job und ich bewundere heute keinen Automechaniker und habe alle Achtung, weil das ist eine sehr schwere Tätigkeit. Deswegen muss ich immer so grinsen, wenn ein Herr Kurz, ein Schulabbrecher, dann so sagt, naja, wir heben einmal die Pensionen so um zwei, drei Jahre an. Man muss halt jeden Politiker einmal da hinschicken, dass die da einmal arbeiten und dass sie einmal ein Gefühl bekommen für den anderen, wie sich das eigentlich anfühlt. Und ihr seht es hier, es ist wie immer dieser Spruch, schmutzige Hände, sauberes Geld. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, also die Fingernägel und die Hände, die haben dementsprechend immer ausgeschaut. Vor allem die Prozedur, damit ich am nächsten Tag wieder in der Ordi saubere Hände habe. Also das war wirklich eine Herausforderung und wie gesagt, ich bewundere jeden Automechaniker, der das ein Leben lang macht. Mir ist auch bewusst geworden, dass in dieser ganzen Branche die meisten immer weniger wirklich von Mechanik haben, dass nur noch schnell gewechselt wird. Hier im Hintergrund, das seht ihr, ich habe das mit einem Russen zusammen gemacht. Der hat eigentlich die meiste Arbeit gemacht. Ich habe ihn immer nur punktuell unterstützen dürfen. Und der war noch so ein Mechaniker vom alten Schlag, der von Schweißen erlegte. Also der hat einfach alles gewusst. Und wie immer auch doppelt gemoppelt. Also die Teile wurden nicht nur verklebt, sie wurden dann auch genietet. Das ist so der Hosenträger-Gürteltyp in mir. Ihr seht die Teile mit Spezialkleber auf die frisch lackierten Teile, also auch die Bereiche unterhalb der Bleche wurden alle lackiert. Es wurden zuerst die Löcher gebohrt, dann lackiert und dann eben verklebt und noch einmal genietet. Also wirklich mit viel, viel Liebe, so wie es laut Lehrbuch gehört. Und man denkt sich immer so, naja, bei so einem Blech, was kann man da schon viel falsch machen. Aber tausend Kleinigkeiten. Man kann das Blech zuerst lackieren, dann bohren. Gehört so nicht. Zuerst gebohrt, dann lackiert, dann eben Kleber, dann genietet. Das sind alles Dinge, die das Ergebnis dann auf 10, 15 Jahre zeigen, wie gut man es gemacht hat. Hier zum Beispiel diese LED. Das ist auch wieder so eine kleine Diplomarbeit. Eine der stärksten am Markt, wenn man das auftritt in der Nacht. Also man hat das Gefühl, da ist eine Sonne aufgegangen. Hier noch so Teile, das war unmittelbar nach dem Eisstrahlen, wo das war zum Beispiel der Motor für die Blockierung der Differenziale. Alles komplett neu gegeben. Das war alles zugedeckt von dieser Seilfetten. Wir haben dann die ganze Achse zerlegt. Wir haben die Achse verchromt, also gewisse Teile vorne verchromt und haben die ganzen Teile, die die Mechanik, die elektrischen Teile komplett neu gekauft von Toyota. Wie gesagt, war überhaupt kein Problem. Aber da sieht man, wie man halt Sachen so ein bisschen kaschieren wollte. Das war dann schon beim Tischler auch wieder das ganze Auto zuerst durchgebaut mit günstigen Platten, mit ganz normalen Spanplatten, damit man mal die Maße und damit man so ein Gefühl dafür bekommt. Und dann hier, das sind schon Sperrholzplatten, sehr gute Platten, hochwertige Platten, die hier zum Einsatz gekommen sind, mehrfach lackiert. War auch wieder eine kleine Diplomarbeit, wie löst man das am besten. Hier seht ihr ihn dann eigentlich schon fertig, also von meiner Wohnung aus fotografiert. Oben das Dachzelt mit Solaranlage auf der Seite, ein Vordachzelt. Oben kann man schlafen, auch unten kann man schlafen, hinten doppelte Zusatzbereifung. Vorne der Einstieg zum oberen Dachzelt mit so einer kleinen Leiter. Das Ganze ist hier typisiert. Es ist nämlich gar nicht so einfach, die Typisierung zu bekommen für die einzelnen Komponente. Das habe ich auch nicht gewusst. Das war auch ein Weg von Pontius zu Pilatus, dass man dieses Auto offiziell legal in Österreich fahren darf. Hier seht ihr in den Wagen einmal so mit offenen Dachzelt. So sieht das aus. Wir haben, viele haben das Dachzelt anders montiert. Ich habe es ganz bewusst so nach vorne montiert, weil dadurch hat man vorne dann noch so ein bisschen wie eine kleine Terrasse. Es ist der Einstieg leichter über die Motorhaube. Man braucht keine großartige Leiter, sondern man steigt zuerst auf den Vorderreifen, dann auf die vordere Stoßstange, kann dann über die Motorhaube bequem zu dieser kleinen Leiter und kann dann oben am Dach schlafen. Das Zelt selber ist irrsinnig einfach. Man braucht nichts abbauen, aufbauen, sondern einfach nur aufmachen und die Matratzen und alles, das ist schon drin. Hier die Amelie, natürlich die erste Reise mit den Mädels, mit Freundinnen, die schliefen unten, ich schlief oben. Bruno war auch von der Partie. Ihr seht hier das auf dem Reifen hinten, auf dem Ersatzreifen. Ratet ihr mal, was das ist? Dieses komische mit diesen drei Beinen, das so festgeklemmt ist um den Reifen. Das ist ein Griller, den man so um den Reifen mit hat. Hier montiert auch die Fahrbleche. Ihr seht, da kann man also Fahrbleche montieren, die sind aus Kunststoff. War auch wieder eine kleine Diplomarbeit, um die besten oder um die Fahrbleche zu finden, die am häufigsten eingesetzt werden. Das ist, wenn man irgendwo stecken sollte, was mir mit dem Auto eigentlich nicht gelang, dass man mit diesen Fahrblechen dann wieder rauskommt. Hier seht ihr das Innenleben mit Fliegengitter, selber gemacht, also vom Tischler gemacht. Da die Hundedose für den Bruno. Da sind wir in Griechenland, den Hang da runtergekommen. Es war ein kleines Abenteuer. Runterfahren und dann unter einem großen Baum einmal so ein bisschen abchillen. Unterwegs konnte ich, und das hat mir sehr gut gefallen, Internet. Ich habe einfach mobiles Telefon gehabt und konnte also die ganzen Internetarbeiten und alles. Das konnte man locker erfüllen. Ihr seht es hier so ein bisschen chillig. Ist aber natürlich ein ganz anderes Leben, wenn man hier so mobil ist. Das muss einem klar sein. Es ist ein Abenteuer. Da waren wir dann, ich glaube, das war Albanien oder irgendwo da unten, ziemlich tief unten in Jugoslawien oder ehemaliges Jugoslawien. Da habe ich dann probiert, ob ich es schaffe, mich einzugraben am Sandstrand. Also eingraben geht, aber wenn man die Differenziale sperrt, also rauszukommen, überhaupt kein Problem. Ich habe das Auto auf Herz und Nieren getestet. Da ist mir dann die Aufhängung zum Beispiel gerissen. Da war man dann in Griechenland bei einem Schweißer. Der hat mir das dann geschweißt. Und nicht nur, dass wir es dann frisch geschweißt haben. Wir haben es dann auch gleich optimiert. Und haben zum Beispiel das ganze Dach und die ganzen Halterungen auf viel mehr Schweißnähten und viel mehr Querverstrebungen befestigt. Hier noch so ein paar Bilder vom Dachzelt. Oben sitzen, blödsinnig, irgendwelche Dummheiten machend. Hier noch irgendwo in der Pampa, wieder mit offenem Dachzelt. Also diejenigen, die es für euch interessiert. Wie gesagt, ich habe da auch ein Wertschätztgutachten. Das Auto hat einen Wert von ca. 130.000. Ich verkaufe sie jetzt, ich glaube, 60 oder 70. Wie gesagt, die Kontaktdaten sind unten mit dem Händler. Aber wieso habe ich jetzt dieses Video gemacht? Es geht mir hier nicht darum, dass ich euch jetzt erzähle, wie toll dieses Auto ist und und und. Aber viele Leute, und das habe ich jetzt in zwei Jahren, Aktivismus, Corona kennenlernen dürfen. Und auch so Bemerkungen. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens gelesen, bei einem, der schreibt so zur Ordination, die Ordi, die ist ein Selbstläufer für diesen Belski. Ja, ja, mittlerweile ist es ein Selbstläufer. Nur bis es zu einem Selbstläufer wurde, waren das zehn Jahre härtester Arbeit. Vorherum, sich überlegen, wie komme ich an Patienten, wie verarsche ich sie nicht und und und. Kleine Ordi, Umbau. Ich habe, glaube ich, Ordis viermal umgebaut, bis wir dann beim Zielpunkt gelandet sind. Auch den selber umgebaut. Und noch einmal, da geht es nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich sage, ich bin so super toll und und und. Aber es geht ums Tun. Dieses Projekt zum Beispiel, dieser HZJ 78, also nicht nur, dass ich viel gelernt habe über Automobile. Ich habe gelernt über handwerkliche Dinge. Ich habe Dinge gleich mitgenommen und durfte sie dann verwenden. Zum Beispiel jetzt bei der Bootsanierung, dass ich schon gewusst habe. Erstens, das könnte mit dem besser lösen. Und das mit dem, konnte quer vernetzen und werde so bei jedem Projekt immer schneller und besser. Und nicht nur ich, jeder, der so Projekte macht. Und was aber die meisten Menschen nicht wollen, ist das Arbeiten, das Tun. Weil natürlich die Fingernägel, die Händen, ich kann mich erinnern, meine Gelenke. Ich war es nicht gewohnt, so zu stehen. Aber gleichzeitig wird man dadurch immer besser. Besser im Sinne von Vernetzen von Information, im Sinne von, man kriegt ein Gefühl. Also wenn mir heute jemand was erzählt über eine Autorenovierung und er sagt, er braucht fünf Jahre, dann sage ich, danke, mache ich mal selber, weil das gehe ich wahrscheinlich in einem halben Jahr auch hin. Man kriegt ein Gefühl für die Dinge. Gleichzeitig urteilt man nicht über den anderen. Das heißt, einer gebietet das bisschen Autorenovieren, das kann ja nur kosten, 5000 Euro. Sondern man kann sich in den anderen hineinversetzen. Ich kann heute sehr gut einen Automechaniker nachempfinden, wie sich das für ihn anfühlt, dieses Arbeiten, dieses Gasgeben. Und wieso habe ich euch jetzt dieses Video gemacht mit diesen Eindrücken? Genau um das zu transportieren. Wir wachsen durch jedes Projekt, durch jedes Ding, was wir machen können, wir wachsen. Heute zum Beispiel steht da ein toller Wagen, den ich für jeden, der sagt, du, ich möchte nicht übers Meer mobil sein, sondern ich möchte am Landweg bleiben, kann ich mit gutem Gewissen diesen Wagen verkaufen, weil ich weiß, da steckt viel Liebe drin, das ist gut gemacht und auf dem Landweg ist das zum Beispiel ein Gefährt. Das wird man so in der Ausführung nicht so schnell bekommen, nämlich mit diesen vielen Details und, und, und. Und kann vielleicht ein bisschen, ich meine, viel wird es nicht sein, aber ein bisschen Geld machen. Die Neider werden jetzt sagen, ja, der Belske, oder nicht nur der Belske, aber bei jedem, ja, der hat Glück gehabt. Das alles, was mit diesem Projekt vergesellschaftet war, das Recherchieren, das Herumärgern, viele Sachen haben nicht so hingehaut, dann muss korrigiert werden, und, und, und. Das sieht man nicht, man sieht häufig nur die fertige Firma oder das fertige Produkt, das fertige, und ist sich nicht bewusst, was es mit sich bringt, wenn man solche Projekte wahrhaftig macht. Natürlich kann man dies und jenes auch im Leben erreichen, wenn man Menschen verorscht. Ich sage jedem immer, es wäre überhaupt kein Problem, zum Beispiel die Enderbotee, die Zahnarztorte, viel größer noch zu gestalten, wenn ich die ganze Verorschung vom medizinischen Mainstream mitgemacht hätte. Schlagwort, erfundene Diagnosen den Patienten vertreiben, sie haben eine graniumantibuläre Dysfunktion oder eine Myoarthropathie. Schlagwort, die Firmen, die am meisten zahlen, mit denen arbeiten, Implantatfirmen. Oder man geht den wahrhaftigen Weg und versucht eben, auch wenn man keine Kohle bekommt von einer Implantatfirma, dann aber das Implantatsystem verwenden, welches am besten ist. Ich habe vor ein paar Tagen oder gestern, glaube ich, ein Video hochgeladen, bezüglich der Konusverbindung bei Implantaten. Und wieso ich also das Video gemacht habe, das ich euch vermittle, kommt es ins Tun, macht es, es ist am Anfang mühselig, es wird nicht alles glatt laufen. Ja, man hat immer wieder Scherereien, man muss diskutieren, aber das ändert uns, das formt uns. Und heute, ich habe viele solcher Projekte gemacht, das ist jetzt eines, um euch so zu illustrieren, weil mich jetzt viele gefragt haben, wegen dem HCTO, was sind da für Teile und und und. Wollte ich das gleich mit einer Fliege schlagen, einerseits erklären, wir wachsen durch Projekte, wir werden besser dadurch und am Ende natürlich, wenn ich als 50-Jähriger heute ein Projekt angehe, gehe ich das schon ganz anders an, als wenn ich noch nie etwas gemacht hätte. Und das ist jetzt egal, ob das ein Internetprojekt ist, eine Baustelle, eine, eine. Durchs Tun wird man besser. Und das ist aber etwas, was man uns in der Schule abgelernt hat. In der Schule hat man uns gelernt, wir werden mit allem versorgt. Da hast du einen Stoff, den musst du nur auswendig lernen. Und dann bist du brav, dann kriegst du ein Sterndl oder ein Mascherl und dann bist du ein Gute. Und da müssen wir wieder raus. Rein ins Tun, ins Machen. Dadurch verändern wir uns. Wir kriegen auch ein besseres Verständnis für die anderen Mikrokosmen. Und ich hoffe, das ist mir jetzt gelungen mit diesem Video. Bei Fragen jederzeit, alles Liebe.